Die Brac de Bourbonne ist eine von der FCI anerkannte französische Hunderasse. Herkunft und Geschichte Ein Type mit dem Aussehen dieser Hunderasse ist im Jahre 1589 auf einem Holzschnitt von Ulisse Aldrovandi zu finden. Ein stummelschwänziger, kurzrückiger Hund mit Forellenmuster. Aldrovandi nennt ihn. Hund von Bourbonne auf Wachteljagdzichter versuchten im 19. Jahrhundert ihn aus den über ganz Europa vorhandenen Vorstehhunden wieder. Nachzubilden Was gegen Ende dieses Jahrhunderts fast zum Erlöschen führte, es wurden nun Pointer und Deutsch-Kurzhaar zur Stabilisierung angekreuzt. In den 1930er Jahren versuchten Züchter ein blasses Fliederfarben und eine angeborene kurze Route durchzusetzen. Diese strenge Selektion führte zu einer Bedrohung der Rasse, von 1963 bis 1973 erfolgten keine Eintragungen im französischen Zuchtbuch. 1970 stellte sich eine Gruppe von Züchtern um Michel Kort die Aufgabe, das Überleben des Bourbonneser Vorstehhundes zu sichern. Der französische Zuchtverband, der für den Rassestandard verantwortlich zeichnet, sieht inzwischen die Zukunft der Rasse zuversichtlich. Kurzbeschreibung Die Bractobourbonne ist mit bis zu 57 cm mittelgroß. Das Haar ist fein, kurz und dicht, auf dem Rücken ein wenig grober und manchmal etwas länger. Zwei Farbschläge werden gezüchtet. Braun geschimmelt und orange geschimmelt. Bei braunem Haarkleid mit Schäckung, stark bis mittelmäßig gesprengelt, können die Farbnuancen Laidevin oder Lilas Passe entstehen. Bei lowfarbener Schäckung entsteht die Farbnuance Flördiepecher. Die Ohren der Hunde sind leicht über der Augenlinie angesetzt und können bis zur Kehle oder etwas über sie hinausreichen. Sie liegen an der Wange an. Bei manchen Hunden fehlt die Route natürlicherweise ganz. Der Rassestandard sieht ein Kopieren der Route vor, dem allerdings im deutschsprachigen Raum tierschutzrechtliche Bestimmungen enge Grenzen setzen. Wesen Die Bractobourbonne ist ausgeglichen und sehr lernfähig. Bei der Suche arbeitet sie mit hoher Nase. Zu Hause zeigt sie sich sanft und anhänglich. Verwendung